Jared Huckabee hat uns das Bildsystem im Star Citizen Live des 10. Februar 2023 vorgestellt und dieses Thema haben wir uns in der Verse Night angeguckt mit Mitch van Heiden, Kung Lee und mir. Und ich möchte dieses Thema, das sehr wichtig ist für die technische Entwicklung von Star Citizen, aber auch nochmal in die Bibliothek meines Kanals aufnehmen, gerade wo wir uns auch im Rahmen meiner Technik-Videos, wo es im ersten Teil um das Object-Container-Streaming ging und im zweiten Teil um das Persistent-Entity-Streaming, eben auch die Technik angeschaut haben. Wo sind die Grundlagen? Was wurde bisher entwickelt? Was wird aktuell entwickelt und wo geht die Reise hin? Und das Konzept des Entwicklens, die Struktur, der Entwicklungsprozess, das hat uns Jared im Rahmen einer sehr charmanten Whiteboard-Präsentation im Star Citizen Live vorgestellt und das möchte ich, wie gesagt, hier auch nochmal mit aufnehmen, damit ich dann eine vollständige Datenhaltung habe und das dann auch mit in meine Bibliothek mit aufnehmen kann. Wer sich hier vollumfänglich informiert halten möchte, ich habe bei mir auf dem Discord-Kanal eine Bibliothek mit allen Stichpunkten aufgeführt. Und wer sich nochmal das ein oder andere Thema anschauen möchte, der kann hier nach dem Stichpunkt suchen und dort dann das verlinkte YouTube-Video anschauen. Jetzt gucken wir uns an oder ich übersetze euch dann in diesem Sinne, was uns Jared Huckabee im Star Citizen Live im Rahmen seiner Whiteboard-Präsentation vorgestellt hat. Viel Spaß! Ich möchte etwas erklären, fängt Jared an zu erzählen, was manchmal ein wenig missverstanden wird und das ist das Build-System. Das Build-System ist die Art und Weise, wie CIG-Patches erstellt. Jeder Patch, jeder Build kommt von einem Ort, den wir Game Dev nennen, ergo Spielentwicklung. Game Dev arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Es gibt verschiedene persistente Umgebungen für die Entwicklung. Also, sagt er, ziehen wir hier ein paar Linien und machen das und das und das und das nennen wir hier Game Dev, die unterste Linie und darüber kommt Staging, was so viel heißt wie Inszenieren, in Szene setzen, aufhören. Die nächste Ebene ist Release, das heißt Veröffentlichung und darüber ist Live, womit wir vier persistente Umgebungen haben. 90 Prozent der Entwickler von CIG führen ihre Arbeit in einem dieser Bereiche aus. Game Dev, ganz unten, das ist der Ort, wo alles existiert. Game Dev ist der Ort, wo der Programmcode und die Assets zusammenkommen. Es ist wie die Erde unter den Füßen. Alles wächst von dort und alles kehrt dorthin zurück, wenn es fertig ist, erklärt Jared mit metaphorischen Worten. Staging, das ist der Ort, wo die Assets entwickelt werden, also eine Ebene darüber. Wenn 3D-Grafiken für Schiffe oder eine Rüstung oder einen Außenposten oder eine Raumstation oder was auch immer gebaut wird, dann passiert das im Staging, weil Game Dev ziemlich dynamisch sein kann. Staging hingegen ist eher die Art von Ebene, auf der die Artists, die Künstler ihr Ding machen können und im Gegensatz zu Game Dev gibt es hier eine gewisse planbare Stabilität. Release ist die Ebene, auf der es weitergeht als ein weiteres Gate, ein weiteres Tor, Qualitätstor, so verstehe ich es. Wenn Staging stabiler und konsistenter ist als Game Dev, dann gibt es die Ebene Release, die stabiler ist wiederum als Staging. Im Release-Gate sammelt CRG all die Dinge, die mit dem nächsten Patch veröffentlicht werden sollen. Und zuletzt haben wir Live, was nicht PU-Live ist, sondern vielmehr eine interne Spiegelung dessen, was auf den Live-Servern los ist, sodass dann CRG mit etwas spielen kann, was dem entspricht, was man Live eben gerade hat, ohne eben auf den Servern herum zu vorwerken und da Dinge kaputt zu machen. Die Frage ist, wenn im Staging die ganzen Assets sind, die ganzen Grafiken, wo werden eigentlich die ganzen Features entwickelt? Die werden in sogenannten Feature-Streams entwickelt. Also zeichnet Jared hier ein paar verschiedene Feature-Streams ein, die sich alle zu irgendeinem Zeitpunkt der Entwicklung von Game Dev abzweigen in sogenannten Branches. Es gibt Dutzende und Dutzende von Feature-Streams, zum Beispiel Cargo, Salvage und Flight. Squadron 42 ist im Grunde genommen ein riesiger Feature-Stream. Aber alles, vom Persistent-Entity-Streaming bis hin zum Server-Mashing, all diese Dinge sind Feature-Streams. Was im Laufe der Entwicklung passiert, ist, dass sie, während sie in diesen anderen Umgebungen arbeiten, gelegentlich Dinge einchecken. Jared stellt hier exemplarisch Cargo, Salvage und Flight dar, die Arbeiten in Game Dev einchecken und gelegentlich werden dann Dinge aber auch wieder ausgecheckt. Zum Beispiel, dass die Salvage-Abteilung etwas entwickelt hat und die Frachtabteilung, die Cargo-Abteilung, hört in einer Besprechung davon und sagt, oh, das wollen wir unbedingt haben, also ziehen sie es auch nach unten. Und das passiert zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten. Wenn man das auf 40, 50 oder 60 verschiedene Streams hochrechnet, dann kann es im Game Dev ziemlich verrückt werden. Und es wird sogar noch schlimmer, denn mit Staging-Inhalten passiert dasselbe. Sie checken Dinge regelmäßig ein und aus an Game Dev und so geht alles munter hoch und runter. Wenn beispielsweise ein Selfage-Schiff gebaut wird, will das Team wissen, wie es mit dem Gameplay läuft, ob Grafiken geändert werden müssen und so weiter. Also ziehen auch sie Dinge hoch und diese Vorgänge über 40, 50, 60 Streams werden alle zu einem riesigen Chaos-Gemenge zusammengefügt, den CIG Game Dev nennt. Und genau hier entstehen die schlimmsten der schlimmsten aller Fehler, die schlimmsten der schlimmen Bugs, die Art von Dingen, die CIG nie zeigt oder nie zeigen möchte. Und genau dort arbeiten die meisten von CIGs Qualitätssicherungsmitarbeitern. Deshalb sind diese QA, diese Quality Assurance Mitarbeiter, die wahren Helden, erzählt Jared. CIG arbeitet nach einem vierteljährlichen Veröffentlichungsplan und wenn wir uns dem Veröffentlichungsdatum eines Patches nähern, müssen sie eine Phase einleiten, die sie Stabilisierung nennen. Hier in Rot dargestellt mit den vier Buchstaben. STAB, Step, Stabilisierung. In der Stabilisierungsphase nehmen sie all die Dinge, die in Game Dev zusammenkommen und versuchen sie so weit wie möglich, wie der Name schon sagt, zu stabilisieren. Weiterhin machen sie etwas, das sie Exclude nennen, also Ausschließen, Ausschluss. Das sind Dinge, die eingecheckt wurden, aber noch nicht fertig sind. Sie sollen dann irgendwann rauskommen, aber nicht in diesem oder im nächsten Patch. Der Exclude-Prozess besteht darin, dass sie die Dinge, die nicht vor dem nächsten Quartal fertig sein werden, ausschließen, um sicherzustellen, dass nur das veröffentlicht wird, das funktionieren wird, aller Voraussicht nach. Dann kommen sie an einen Punkt, wo sie denken, dass es grundsätzlich okay ist, was sie da gebaut haben und dann erstellen sie einen Branch, einen Entwicklungszweig, hier beispielhaft für 3.17.x. Inhalte, die in Game Dev getestet wurden, die kommen dann zurück ins Staging, weil einige dieser Dinge noch nie im Staging waren, sowas gibt es auch. Und man arbeitet ein bisschen im Staging daran und stellt sicher, dass es irgendwie funktioniert und dass es irgendwie passt und dass die schlimmsten Fehler behoben sind. Und dann geht es weiter zum Release. Dabei ist jede Ebene als Qualitätstor, als Quality Gate zu verstehen. Das heißt, wenn jemand einen Check-In macht, der alles kaputt macht, dann gibt es sozusagen mehrere Verteidigungsebenen, um so sicherzustellen, dass dieser Check-In okay ist und die Live-Umgebung nicht unspielbar macht. Ergo, dass alles stabil ist. Das Ergebnis dessen, was dann dabei rauskommt, ist dann der Evocati-Bild. Und vom Evocati-Bild geht es dann zum PTU und dann geht es schließlich live ins PU. Was inzwischen häufiger passiert, sind Punkt-Patches oder Sub-Patches. Wir haben also einen 3.17.1 und einen 3.17.2-Patch. Die allgemeine Meinung der Bäcker dazu ist, dass ein Punkt-Patch, ein Sub-Patch irgendwie ein minderwertiger Patch ist, weil er nicht so viele Informationen, Programmcode oder Inhalte enthält wie der primäre Punkt-Null-Patch. Tatsächlich gibt es dafür für diese Meinung weder technisch noch prozedural oder mechanisch einen plausiblen Grund. CRG hat sich vorgenommen, dass jeder dieser vierteljährlichen Patches ein Punkt-Null-Patch ist, in den sie so viel wie möglich einfügen. Was normalerweise zu diesem Zeitpunkt eines Quartals-Patches passiert, ist, dass man den ersten Patch veröffentlicht und dann mit dem Folge-Patch Fehler behebt und kleinere Dinge hinzufügt, denn die Entwickler sollen ja weiterarbeiten können. Aber was passiert in der Zwischenzeit? All die Entwickler checken immer noch Dinge ein. Die ganze Zeit checken sie Arbeitsergebnisse ein, weil die Arbeit ja nicht aufhört. Das nennt man dann Staggered Development, gestaffelte Entwicklung. Während also am Patch oben gearbeitet wird, wird unten fleißig weitergearbeitet. Das bedeutet, dass CRG vor dem nächsten Patch, dem nächsten vierteljährlichen Patch, also dann dementsprechend 3.18.x, noch eine Stabilisierungsphase benötigt, sowie natürlich ein Exclude. Einen Ausschluss. Das ist der normale Quartalsablauf und eine grundsätzliche abstrahierte Darstellung des Build-Prozesses. Einige Features sind umfangreicher als andere, einige sind komplizierter als andere. Und je nachdem, was man einbauen will und was man erreichen will, was man einfügen und was man herausnehmen will, kann diese Phase, diese Stabilisierungsphase, länger dauern und dann komplizierter werden. Ihr erinnert euch vielleicht an den Letter from the Chairman vom letzten Jahr, im Mai, in dem Chris Roberts den größten aller Feature-Streams vorgestellt hat. Sein Name? Persistent Entity Streaming. Und wer jetzt von euch nicht weiß, was das ist, auf jeden Fall mein Technik-Video dazu gucken, zum Persistent Entity Streaming. Ein riesenmonströses Vorhaben ist das. CRG wollte PES so schnell wie möglich in den Game Dev bringen. Denn solange PES da unten als separater Feature-Stream vorhanden ist, arbeitet niemand an den anderen Dingen. Deshalb war es letztes Jahr wichtig, PES so schnell wie möglich in Game Dev zu bringen. Und jetzt, mit Alpha 3.18, werden sie hoffentlich soweit kommen, PES in Game Dev zu bringen. Die nun folgende Stabilisierungsphase wird also nicht kurz sein, sondern sehr lang und sehr arbeitsintensiv, wie Jared hier mit dem größeren und roten Kasten visualisiert. Letztes Jahr hat CRG entschieden, den normalen Weg zu gehen, anstatt monatelang keinen Patch zu machen. Das war die Idee, die sie im April oder Mai hatten für Alpha 3.17. Aber wie können sie das machen, Patches zu releasen, wenn wir hier einen Blocker haben, namens Persistent Entity Streaming, dessen Stabilisierungsphase, wie wir ja sehen, so extrem lange dauert? Jared erklärt, wenn das, was normalerweise passiert, was er hier aufgezeichnet hat, das Bildsystem, die Autobahn darstellt, dann hat sich CRG entschieden, jetzt nicht mehr auf der Autobahn zu fahren, sondern die Bundesstraße zu wählen oder die Landstraße, aber bleiben wir beim Begriff Bundesstraße, um weitere Patches bringen zu können. Das ist vielleicht keine perfekte Analogie, sagt er, aber im Grunde sind sie zu all diesen verschiedenen Feature-Streams gegangen und haben gesagt, wir müssen nicht zurückgehen und das durchmachen, um einen weiteren vierteljährlichen Patch zu machen, wenn wir am 3.17-Branch-Zweig weiterarbeiten, Entwicklungszweig. Also gingen sie alle Feature-Streams durch und nahmen alle möglichen Dinge, die Derelict-Outposts, den Snakepit-Rennlevel, das planetare Navigation-Mesh, das Navigations-Mesh, Raumschiffe, Raumstationen, das Grimhex-Krankenhaus, die neuen Hangars, all diese Dinge, die in den Quartalspatches eigentlich drin sein sollten. Und sie sagten einfach, anstatt die Autobahn zu nehmen, nehmen wir jetzt die Bundesstraße und bringen diese einzelnen Dinge auch in 3.17-Punkt-Subpatches, was Jared hier so wunderbar mit den blauen Strichen darstellt. CRG hat also sozusagen die Daten umgeleitet, den Inhalt umgeschrieben und gesagt, wir nehmen den Weg, den wir schon gemacht haben, anstatt den neuen Weg zu nehmen, weil PES die Stabilisierungsphase wirklich schwierig machen wird. Und sie behielten recht mit ihrer Annahme, es war, wird, ist eine verdammt lange Reise. Das wussten sie, auch wenn sie gehofft hatten, dass es nicht so sein würde. Aber um sich darauf vorzubereiten, haben sie all die tollen, zuvor aufgeführten Inhalte in 3.17-Subpatches reingebracht. Das planetare NavMesh, die KI und all die verschiedenen Outposts, all die neuen Missionen, Derelict-Reclaimers und so weiter. Das wäre alles unter normalen Umständen ein Quartalspatch gewesen, der dann erst nach Fertigstellung von 3.18 und nach Implementierung von PES gekommen wäre. Und das hätte sehr, 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 sehr lange gedauert. Aber nun sind es eben Subpatches von 3.17 geworden. Was Jared hier versucht zu erklären, ist, dass der Wert eines jeden Patches eine technische Herausforderung ist, die Informationen, Daten, den Programmcode und Assets dorthin zu bekommen, wo sie hingehören. Er respektiert wirklich die Qualität und Quantität der Arbeit der Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Und das schmerzt ihn, wenn er sieht, dass die Bäcker 3.17 wie einen Patch behandeln, der nicht zählt. Also die 3.17-Subpatches. Wenn man das Roadmap Roundup liest, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, erzählt er, und das von dem wunderbaren Jake Bradley aus dem Community-Team geschrieben wurde, kann man sehen, was dieses Jahr wieder passieren wird. Denn es gibt einen neuen, gigantischen Feature-Stream namens Server-Meshing. Das wird nochmal eine große Herausforderung. Denn natürlich ist das, was unten zwischen Feature-Streams, Game Dev und Staging passiert, das hat nicht aufgehört. Und während PES weiter stabilisiert wird und Server-Meshing im Feature-Stream entwickelt wird, wird es CRG nicht unerheblich viel Zeit kosten, das aufzuräumen, was unten inzwischen, zwischen Game Dev und Staging, vonstatten gegangen ist, hin und her gegangen ist. Und diese Aufräumarbeiten, die werden viel Zeit kosten. Und anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu machen, werden sie einen alternativen Weg nutzen und bis auf weiteres die Bundesstraße nutzen, während sie PES und Server-Meshing zum Laufen bringen. Sprich, CRG möchte es gerne schaffen, uns weiterhin mit Quartals-Patches zu beliefern, wie auch immer die dann heißen. Vermutlich dann 3.17, 4.56, ganz viele. Ja, und das sind die großen Herausforderungen der eigentlichen Entwicklung und des aktuellen Stands mit PES und mit Server-Meshing, was uns Jared einmal erläutern wollte. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich fand das sehr, sehr spannend. Das macht ja auch schon eine große Runde durch die Community, das Thema. Vielleicht bin ich auch ein bisschen spät dran. Aber wie gesagt, ich wollte es einmal der Vollständigkeit halber in meinem Kanal aufnehmen. Wer von euch das noch nicht geguckt hat, schaut euch auf jeden Fall die Technik-Videos an über Object-Container-Streaming und Persistent-Entity-Streaming. Das Thema Server-Meshing wollte ich eigentlich bis Ende des Monats schaffen. Das wird vermutlich nicht klappen. Ich schiele jetzt auf März. Ich muss das komplette Skript noch schreiben. Es gibt gerade wahnsinnig viel zu tun. Am Donnerstag, vielleicht ist das auch eher ein positiver Faktor, kommt ein Inside Star Citizen zum Server-Meshing raus. Die Informationen werde ich auf jeden Fall auch dann in dem Skript zu Server-Meshing berücksichtigen. Nebenbei möchte ich gerne, muss ich auch langsam, Hörbücher produzieren. Das ist ja liegen geblieben durch meinen Corona-Infekt die letzten drei Monate. Da gibt es also für meine Hörbuch-Ecke auch noch einiges zu tun. Langweilig wird es nicht. Und ja, wie gesagt, das Inside Star Citizen, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Und dann gibt es irgendwann das große finale Teil 3 meiner Technik-Reihe zum Thema Server-Meshing. Bis dahin bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen. Ich freue mich über euer Abo, über euren Kommentar. Und wir hören und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.